Jo, hallo! Zu einem weiteren All-Random-All-Mit-Game! Wuhu! Äh, diesmal bin ich nicht alleine, oh Gott, ich nehm so viel LOL auf heute, das ist ja schlimm! Was drüber spielen! Ja, wir haben im Gegnerteam einen Noob drin, weil er, äh... Klarheit! Weil er Klarheit dabei hat! Und einen Cannon mit Klarheit, hast du mir grad auch erst aufgefallen? Ja, das wird lustig, ich seh' ja schon! Und Xaveras ist noch nicht connected... Oh, wo hat Smite dabei! Schade! Smite, Smite, oh... Vielleicht kriegt er dann auch mal ein paar Creepy-Ageleiter. Jetzt komm, jetzt hier übertreib's nicht! Das ist doch gar nicht schlecht, Smite und Ghost! Ja... Oh, und wenigstens die richtig gut! Darf man eigentlich im All-Random-All-Mit-Game auch mal eben in den Jungle gehen und ein Red-Bach holen oder so? Nein, darfst du nicht! Darfst nicht jungeln! Darf man nicht! Nein, darfst du nicht! Nicht mal ein Red-Bach holen! Nein, darfst du nicht! Nein! Das ist dir verboten! Du darfst... Du darfst von allein gehen außer du musst wegrennen! Dann... Hey, dann lass uns mal was folgendes machen... Du darfst... Du darfst doch sonst nicht von der Länge gehen! Ja, warum? Was gibt's? Wir gehen in den linken Busch rein und du machst eine Schakofalle! Ah! Und wenn die kommen, sind die tot! Darf man nicht, oder? Äh... Warum nicht? Man darf doch in die Büsche... Ja, in den Busch gehen, das darfst du! Okay, ja, aber... Aber das ist nicht so einfach, weil natürlich alle sofort in der Mitte sind! Da kommst du gar nicht hin! Doch, das schaffen wir schon! Wir können ja außen rumlaufen! Nee, dürfen wir nicht! Weil man darf nur in der Mitte, nur auf der Mitte hingehen! Sonst nirgendswohin! Ja, das... Das... Das interessiert keinen! Komm! Wir... Wir tun uns ja so viel schneller gewesen werden! Okay! Einfach du ran chillen und das war's! Punkt! Keine Ahnung! Ich hab nur meinen, ne? Einmal außen rumlaufen, sodass du ja einmal außen rumlaufen... Du musst die Jack in the Box am Anfangs gehen, ne? Na klar! Oh my god! I play with the Lupo Urlaub, ne? Oh my god! Die sind doch nur neidisch! Doch! Wir wollten auch alles smiten mitnehmen! Wir wollten die auch! Ja, damit auch mal einen Windkühl kriegen! Du bist die falsche Richtung! Egal! Egal! Also Jack in the Box ist... Spam! Jaaa... 15, 14, 13, 12... Naja... 11, 10... 9... Komm schon! Komm schon! Ich will, ich will es! Ah, ich schmeiß dir gleich da ihren E-Skill rein, ey! Komm schon! Zieh ihn nicht, den habt ihr ja immer am Anfangs-Skill! Ja, da rein kommst du tot, ne? Er hat's! Je mehr rein, je mehr rein, desto besser! Bam, bam! Am Ende hast du fünf Stück oder so gleichzeitig drin, eh! Ja! Also nicht angreifen, vor die gedingsten, ne? Naja, das passt schon. Ich frage mich jetzt, oh, wie sehen das so? Zeige ich mich mal an! Na, na, na! Ich kann nur keinen daneben stellen, das wäre echt dumm! Ja, passt schon, die werden ja unsichtbar! Nein, aber trotzdem... Seh ihn ja an gespawnt! Ah! War auch so sehendes, glaub ich, wegen dem... wegen dem komischen... äh, roten Wichsviech da! Komm schon, komm schon! Echt? Glaube ich nicht! Ja, haha, wie unauffällig! Und der trifft noch nicht mal! Ich lass mich mal ein bisschen kaputt haben, ne? Tschau, Kubert, du da drin! Ja, hatte ich vor! Garton! Weg, 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 weg mit der Bombe! Ja! Ich hab Angst hier so ganz alleine! Oh mein Gott, nee, das wird nix! Die kommen hier nicht hin! Ach Gott, nervt mich! Äh, Servus? Bah, alle Päusner! Ja, ich bin noch da! Okay, warum gehst du back? Back darf man gar nicht! Eben! Wie, darf man nicht back gehen? Darfst nicht back gehen! Nein! Außer du stirbst! Okay! Ist ja voll lahm, oder? Nein, nein, das ist voll lustig! Ja! Obwohl, äh, dann spielen wir halt mal Champions, die man nicht so... Aber das war immer noch... Oh, lauft, 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 lauft! Ja! Ja! Am besten musst du mir hin, die Vollideode! Ja, ich find die Asher nur lustig! Wir müssen sie fokussen! Ja, das war Fail-Heal! Vergiss nicht, die haben alle Heal dabei! Ja, ach Gott, ich find's gewohnt, dass ich... Boah, meine Axt bringt's ja voll hier, ey! Das geht ja richtig ab, meine Axt! Ja, eben! Oh, shorty, pass auf, ne! Hast du Heal dabei? Ja, toll! Und was ist aber schwierig? Du willst denn dann Items kaufen, ja, ne? Ja! Ja! Natürlich! Ganz normale Regeln halt, eh! Also Items, dass du nicht kaufen wolltest, wo es halt eben, dass man nicht back gehen darf! Ja! Und dann ist es ja sogar gut, wenn man mal früh stirbt, oder so! Ja, natürlich ist es ja nicht perfekt, oder so, aber trotzdem! Boah, die Boxen sind cool! Ja, die nerven! Ja, 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 ja! Wie viele Heals benutzt man denn? Wie viele Heals haben wir denn? Nein, zwei nur! Ja! Geh weg! Oh Gott, Junge, pass auf! PIRST BLOOD FASTER GEN! PIRST BLOOD NICE! Was zur Hölle? Wie hab ich das denn gekriegt? Du bist ja der richtige Porn, als ein Jack in the Box! Siehst du schon, was ich bin? Oh, ich bin super! Ey, das war gar nicht das, die Jack in the Box, aber was sollt! Ey, komm mal alle hinten zusammen! Was? Ja, hier! Oder was auch immer! Oh Gott, dann müsste ich hier eigentlich direkt AP schacken! Mh, ja, muss doch! Wär eigentlich besser, ne? Wär eigentlich besser, ne? Wär eigentlich besser, ne? Mh, Wegen meinem Messer halt, oder? Weg, 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 weg doch! Rett doch dich alle! Zum ja! Ach so, ja! Sag halt doch! Komm, verpiss dich mal! Der hat seine... Drecksbombe da, ey! Das fliegt auf! Go down! Go down! Nein, noch nicht ganz! Ah schon! Er ist tot! No, 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 no! No, 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 no! Schade, aber ich hab festgelegt! Jaa, mehr weg von meiner... Box! Ding, Bumms! Mh, ich will gleich auch! Hat er ich hier dabei? Jupp, aber erst in 135 Sekunden wieder, also nachher. Igitt! Hier! Äh, die haben hier dabei, voll die Noobs, ne? der Landkreis Eintrachtens darf man sich kaufen oder was ist dann da 9 die sich um ein Teil der Prüftung wenn man immer ein Giff bringt er auch über das ist nervig nach der Vorbereitung nicht in Kauf er ließ er bestimmt hier im Kuhl selbst erkennen er ständig gar nicht sehen das ist ja nicht gerade Prozent Prozent der lieblich ließen Kostone kriegt ihr kriegt ihr kriegt ihr ja so schön ja und der Wettel wir wollen auch nicht nein da ist mein erstes und mit den Dingsgängen direkt in den Blüten Koffer mal an einem Monatort ja das ganze Zeit ist das Prozent stark leiden und also blöde müssen sich das ist ziemlich geil eigentlich. Ja Mana Manipulator haben wir manchmal ein bisschen Mana Regeneration. Ich brauche keine Mana Regeneration, ich habe Mana Regeneration. Ja ne, ist egal für die ganzen Caster, die wir hier drin haben. So Chaco haben wir doch. Ha, hab ich doch. Ach so, wo hast du es gekauft? Ja, ja, ja. Ich kann nicht so das kaufen. Nein, nein, guck dir mal ein Mentar. Soll ich nur jetzt erst mal kaufen? Wie spielst du denn? Wie spielst du denn gerade? So. Ja, okay, da ist sogar eben draufgegangen, oder? Ja, ja. Du bist ja schlecht. Du bist ja Patia, wer weiß noch mal, keine Ahnung wie der gerade heißt, und einen Double Kill bekommen. Hm, ich, hier, Xerp. Los. Und er ist downed free. Ne, noch nicht ganz. Nein, ich doch nicht. Ich bin super. Bin Mega Man. Sozusagen. Also Super Man aber halt. Mega Man. Kennen wir das Raid Fleet von Mega Man? Das erste von dieser Serie? Mega Man. Nein. Nein, nicht singen, nicht singen. Mega Man. Niemand darf Band All Random All mitsingen. Das ist verboten. Oh, Junge. Oh, Junge. Oh, Junge,roll. Oh, Junge,roll. Oh, Junge,roll. Oh, Junge,roll. Oh, Gott. Ich hab schon ewig die Keine Schackung mehr gespielt. Das ist ja grausam. Meinen sie die halt die Press gegen, wenn sie nicht so oft Heal dabei hätten? Ach, ne. Warte mal, komm mal. Komm mal, hier, hier, hier. Oh, Gott. hier nun Träume schon wenn ich bevor sie schon auf das Leben ja wenn ich sterbe ich tausend 400 Gold zum Ausgehen auch schon 1300 und dann nur ein Dom 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 das war richtig dumm und dann ist er gut der nächste Kinder hat er noch auf mich er von Doppelfalle die abgibt mit Katzen ja wohl er war wie gern ich mich jetzt rein schmeißen würde ganz ehrlich zu gerne aber ich denke ich war so hin so politisch kein Puls am Feuer drauf Nein! Und der nächste hier kam. Ah, das ist natürlich auch extrem nervig mit dem Gift da. Fuh, 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 fuh. Boah, der Ammon-Shooter war gezielt, ey. Der gedauert. 2 gedauert. Boah, schau dich fast drauf, Junge, ey. So kloppt oder was? Nein! Man hielt nämlich! Sehr schön. Ich bin ja so krass... Nein! Scheiß Error. Scheiß Error, ganz ehrlich. Ah, ich geh wieder ab hier. Wie Schmitzkatze oder so. Ähnlich. Das war grad eben dumm, da wollte ich mich wegflashen und hab deswegen Fortify angemacht. Nein, da ist er dran. Oh Gott, Ash macht Schaden ohne Ende. Einen, je nach dem anderen, ich hasste das doch, ey, das doch... Eil ist doch noch nubiger als Fortify. Was ist noch nubiger? Spiel! Wenn 5 Leute hier haben, das macht das Spiel mega langer eigentlich. Nein, da ist es ja gar nicht. Dass man da aufpassen muss, oh Gott. Ja, ich seh schon, Ash, Ash kriegt nicht mit ihrem Pfeil, das ist so ekler. So, ich stell wieder meine Box zu sein. So, Ash, Ash, du feierst dein Ding! Wieso ist der nicht mehr da? Da hinten ist der. Okay, den hole ich mir jetzt. Den hole ich mir jetzt. Ich hole den jetzt. Ich hole den jetzt. Ja, 3 Leute holen ihn sich, von mir aus. Und ich hab ihn! Nein! Komm schon, komm schon, den kriegt ihr, den kriegt ihr! Meine Box, meine Box! Nein! Ihr seid doch heute schlicht! Ja, okay, der geht raus, das kannst du gleich vergessen. Ja, was geht denn? Ja, bei uns sind zwei Daumengang bei denen auch. Und, tot! Ne, da kaufe ich mir aber keine 5er Boots. Mit dem Gift, mit dem Gift, mit dem Gift! Ähm, was, 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 was kaufe ich mir denn da? Ability Power. Lass mich mal bitte ein bisschen auto-hütten, ey, dadurch krieg ich unglaublich viel... Leben wieder. Sehr schön, dann kaufe ich mir zuerst mal Schienen hier. Keine Ahnung, was das bringt, aber auch egal. Geh weg, geh weg von mir! Junge, geh doch weg! Ich brauch das Gold! Ich hab nen Kill, ich hab's Gold und gut ist... Ich muss den Back, ich muss schon auch nicht das Item kaufen. Egal, das passt schon. Egal. Ja, bei solch Spielen passen schon. Auch selber, was hast du da? Damit ich mir einkaufen kann. Nee, dann stellst du dich besser in den Tower. Komm. Ja, ich wollte doch in den Tower. Stimmt, genau. Na. Stimmt, genau. Stimmt, genau. Stimmt, genau. Ach, komm schon, das ist doch dumm. Okay, so müsste das klappen. Man darfst ja auch Re-Pots kaufen, oder? Ja, ja, klar. Obwohl das immer sowas in dem Umstritten ist. Ich hab jetzt 2.000 Leben. Ich hab jetzt 2.000 Leben. Ich hab jetzt 2.000 Leben. Und es werden ja Healer OP auf ner Lane. Ey, das war sinnlos. Wieder Fortify angemacht? Das war ich aber nicht, ne? Oh Gott, wieder unten. Uff, tsch. Oh, haha, er kriegt nicht. Oh, doch nicht. Cool. Weg, weg! Olaf rocked! Oh, Olaf, pass auf! Und es uns dann war. Keine Chance, hat die Bombe drauf. Warum nicht aufpassen? Ich bin Olaf. Das regt voll auf. Der, äh, Lifestyle bringt hier kaum was. Äh, äh. Ah, klar. Komm mal her, komm mal her. Deshalb jetzt gerade. Sehr schön, sehr schön, wunderschön. Ihr noch weg von mir. Also doch das so Bombe hast. Weg von mir. Ja, die sieht man. Ja, das sieht man nach sweetness morgen. Men, ja. Wenn 5 Balken da drüber sind. Ah, fast. Nein, der kriegt mich. Dann, die auch noch. Donalus zur Hand. Uff, 12 Leben. Eben, alter Schwede, ich, ja, ich... Wie denn? Also, einfach nur regenerieren lassen. Einfach nur regenerieren lassen, bis 200, oder so. Bis 200, das dauert jetzt die Ewigkeit. Ja, ich sehe schon erst Pfeil angeflogen kommen, also hier in der Daune. Naja, ich kann ja... Doch. Lockt mal irgendjemand in der Jack in die Box. Oh, Alter! Komm schon, den kriegt ihr ja, nice, nice. Ja, damit hat der Trönde gerade gar nicht gerechnet. Double Kill! Ne. Doch Double Kill! Ja, Wayne, 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 Wayne. Komm schon, komm schon. Komm schon, den Krieger. Mit dem Tower. Und da hab ich... darf ich nochmal in die Base gehen. Hier ist in die Base gehen viel besser als... alles andere. Ich hab meinen Frosthammer-Fest. Ich hab 2081 Leben. Ne, ich hab meinen K-Termoné. Kann ich spammen, wie ich will. Na, als nächstes kau ich mir Aurelias. Ja, ich brauch mir erstmal nix mehr, weil ich nicht sterben will, aber ansonsten... Ähm... Kann sein, dass ihr gerade eben noch 12 life habt, eh wer was soll's. Wie? Man spielt ja auch aggressiv, ne? Stärkt die aber. Boah, krass, das ist scheiße. War's das ein Scheiß-Dings? Da ist der Trönde nicht, was er für eine Ulti hat? Äh... Schaut dich, pass auf. Nein! Auf der Hölle! Oh Gott, sie ist da! Ihr schon direkt alle, ihr schon direkt alle, oder? Oh, das gibt's doch nicht. Und ich kann mir das Dreckschienen nicht kaufen, das gibt's doch nicht. Ge weg, ge weg, ge weg, Junge! Äh, nein, ich wollte jetzt eigentlich... Alfred, wie sieht bei dir mit der Statistik aus? Äh, 1, 2, 7. Passt eigentlich. Beim Olaf, 6, 2, ja. Passt an, ich hab 6, 6, 6. 6, 2 finde ich ist gar nicht schlecht, ne? Ja, das ist gar nicht schlecht. Gott, aber die Falle ist so schlecht gefiedelt. 8, 2. Was ist für ein Deutsche? Und, jawohl, ja. Na, sehr schön, passt doch. Geht so weit, 20, 17, naja. Äh, ich will auch irgendwas. Alter, die Ulti von dem Blitzcrank, die hab ich jetzt bei 18 Sekunden, gell? Die macht 500 Schaden. Ja, ich hab so viel Leben, Alter, ich haben die keine Chance mehr gegen mich. Ebola noch da? Ja? Jo, ich hab eben grad gebabbelt, du. Ach so, so. Weis, 18 Sekunden die Ulti, legt mir Marsch. Aber die Olle, die geht mir um den Sack, ey. Ja. Hau drauf, ey. Einfach rauf, da. Witzig. Ich hab sogar noch den Kill bekommen. Na, kann, ist gut. Ich liebe diese Skrift, wisst ihr das? Na, ich hab keinen Mana, ey. Das ist echt ärgerlich, Alter. Mir hat der echt der Muniermann von gekauft. Äh, mit Olaf nicht. Guck mal, ich hab 2200 Leben mit Olaf nicht. Nee, nee, Olaf nicht. Das ist schon klar. Oh, was kommt? Tersio, kannst du das denn noch machen? Oh, Junge. Wer denn? Neun. Ja. Der Mumu? Der Mumu ist gar nicht mehr so dumm. Ja, ich weiß nicht. Ja, das kannst du ja schon machen, was der da macht, ne? Also auf Olmüt kannst du das machen. Oh, Olmüt kannst du viel Scheiße machen. Guck mal, wie sie mich, äh, sie mich fokusten. Na. Da sind immer noch 500 Linien. Dumm. Oh, da wollte ich mich wieder wegflaschen, das geht gar nicht. Ja, sorry. Schon wieder vollgefallen, die ganze Zeit dann? Ja, sorry. Riech. Das macht man noch nicht. Guck mir doch leid. Hehehe. Das ist ein Nackermarker, das ist hier keine Lastsitz, das geht gar nicht. Ah! 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 Boah, das ist... Meiner, meiner, meiner! Nein! Hiel der Verdammnis. Was sagst du? Hiel der Verdammnis. Äh, ja. Ich geh hin. So, komm, nur noch 1.800, das krieg ich hin. Hehehe. Eine Fresse, das kannst du nicht sagen. Ja, anscheinend irgendwie doch. Oh Gott. Ja, jetzt, jetzt könnten wir Fortify geboren. Ja, jetzt, jetzt. Komm, die kriegt er, die kriegt er. Die kriegt er. Oh, er ist ja schlecht. Die, die denn? Geht doch Ulti. So, komm. Oh, süß. Jetzt steht's 25 schon, sonst. Wir hatten so viele jetzt hier bei uns im Team, ne? 9, 8, 7, also ich bin nicht aufregend. 3, 8. Ja, aber er hat auch 13 Assisten. Oh, komm schon. Ah! Komm, Fred, Rainer. Ja. Ich bin ja so eine Akromaschine, ne? Ja. Na, ha, 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 lauft. Wow! Ich dachte gerade eben, das wär meine. Ey, ich wär so tot gewesen, ey. Ja, ich hab aber auch... Wir haben noch gar keinen Luchs. Wir haben noch gar keinen Luchs. Geht weg von mir, danke Luchs. Geht auch weg! Ich renne zu dir hin und sterbe. Wer wartet auf mich? Der weint den Tod, der weint den Tod. Ah, nein, nein. Ja, ja. Ich muss den Schläger einfach nur reinnehmen. Ach. Und dann. Jawoll. Ja, wie sofort alle auf die Felden gehen nach Mainz dann. Ja. Hä, was ist die Hölle, warum leuchtest du nicht? Na, was sollt». Genau, genau, Canon! Bleib da drinnen stehen! Töte dich leicht! Oh echt mal. Kennen wir's gar nicht so schlecht. Weißt du, ich hab hier umsonst mein Gift zuerst ausgeskillt. Und kill! Ja, aber Glucks... äh... das wär gut. Ganz so richtig schön... Weg, 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 weg! Chill! Wie die gerade ich noch geschrien habe! Ja, das stand halt bei dir. Jo. Ja, klar, du bist ein Mega-Nuke. Ah! Ah! Weißt du, was richtig mies ist? Also so, so, so bei All Random All Might? Äh, Guardians Angel! Was? Glaub ich. Ne, ne, das ist doch Harvors! Weil du das mies ist, wenn du Soraka im Team hast bei All Random All Might. Äh, All Random All Might. Weißt du, wie mies das ist? Wenn du, äh, 2 über 2 All Might All Random hast. Und wenn einer davon Soraka kriegt von denen. Ja, healer sind sowieso. Bei 2 gegen 2 All Random hätt ich voll Angst vor Vladimir, ey. Ne, 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 jetzt. Jetzt gar nichts. Nein, die kriegen mich ja. Damit bin ich down. Ne, wenn ja nicht alle zu dumm ist, dann mach dein Ultimate. Doch, kenn ich. Kannst übrigens alles mit deinem Ultimate, okay. Aber, finde ich die Sekunden cooldown noch. Okay, okay. Ich liebe dich gegen Strindar. Ich liebe dich gegen Strindar. Äh, Kartos oder sowas, ey. Das ist doch da geliebt. Ah, also, ich sag dir, Olaf wird bald der neue gehasste Champion, wie sie mich jetzt spielen sehen hier. Aber Cassius auch schon ziemlich hart eigen ist, oder nicht? Ja, aber mit dem Gift. Mit dem Gift immer. Das macht dir alles AOE. Und kill. Ich hab auch Ultimate schon wieder ready, ne? Na, hundert Sekunden ist nix. Weil ich sie merke, wie das immer schon hier auf die Eier geht. Na, down. Ja, der war aber sowas für ein Stil, weißt du das? Schon klar, aber ich brauch ja auch kill. Geh drauf, die schießen doch auf mich. Wie ich sie alleine fertig mache. Bam, bam, bam. Das ist mein Champion. So. Komm, Lux! Ach, ja egal. Hm, egal. Lux, bitch, alles weg. Brodo auch nicht. Nee, Wayne schafft ihn nicht. Wayne ist viel zu schlecht dafür. Doch, Alter, die Wayne schafft ihn noch. Die schafft ihn noch. Ja, die Wayne ist so schlecht. Oh, one hit down. Oh, das war schön. Kann schon. Nee, aber mit 11, 10, 14 darf man auch noch leben, oder? 4, 4, 13, das geht, ey. Ja, du hast höllisch viel erstes, also das ist der Mumu. 9, 5, 13 hab ich, ne? Seht schon, ich werde mich hier mit Spotify wegflaschen. Ja, dann beschwere ich mich nicht mit 9, 5, 13. Wie, dance? Komm schon, dance. Ach so, stimmt ja. Nee, 9, 5, 16 hab ich nicht 9, 5, 13, so. 9, 5, 16. Nee, hier. Oh, und es lag, und es lag, und es lag, ach so. Ich bin in einem Moment der Tane, sozusagen. Ich hab ja mehr live als am Leben. Ich meine, wer immer geht. Ich meine, wer immer geht. 9. Rau! Ich bin Olaf. Wow! Guck auf meine AP. 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 Ich dachte schon, du da, ey. Das wäre ein Triple Kill gewesen, ey. Alter Schwede. Was zur Hölle war das? Verpiss dich! Die will mich noch umringen, oder? So, ich hab jetzt meinen Drecks Lichbane fertig, was auch immer das bringt. Äh, und was nur? Ha, ich weiß es. Guardians Angel. Wuhu. Geh weg! Ich kann eh nicht weg, ich hab ne Bombe drauf. Ha ha ha, Querboros rockt alles zu doll. Ja. Okay, siehst du. Ja, gegen Wain kommt sie nicht an. Ha 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 ha! Querboros. Das hätt ich ja so ausgelacht, ne? da sieht man doch den Pfeil da, also wenn ich davon killt nenne, dann würde ich nicht sein weißt du, wenn ich jetzt ganz normal spielen würde würde ich einfach kurz in den Jungle gehen, mich vollregen und würde ich wiederkommen, aber geht ja nicht na geil, geil, Junge, warum macht der es jetzt? hast du eine Dance of Ready? ja, hab ich ich meine, ich war der ganze Tag Katalysator ja, dann bleiben wir auf Vailer und dann kommt gleich stark Leiden, das sehe schon Stimmt, Will of Angels wäre eigentlich auch ganz cool naja, dann kommt die Welt totwecken naja, ich komm wieder ich hab auch direkt Ulti, mal die, also Stun Spam Ulti naja, Schwede naja, das ist ja eigentlich ziemlich OP neun neun aah guck mal her, guck mal her, neun zurück, 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 Leute, hinter euch, hinter euch, hinter euch nein, ich geh nicht zurück warum denn zurück, crazy wo kommt die her, die kann doch nur von der Seite kommen keine Ahnung wo oh, nice nice shorty ich hab' grad alle fünf aus dem Team getötetet, guck mal alle nach wie dich hier als getötetet, hier wurden zudem dieajo kommst du hab Taxi erzählt und altes Wieso genau? Oh, wie schnell ich bin. Oh, noch mal ehrlich, das Gift durch. Hol dir mal mit Cassiopeia hier das Item, dass du Lebensraum hast, ne? Ich verstehe das nicht. Im Team Fall Sachsen mit Ritter hat man da fertig ist. Nicht auf den, ich bin nicht auf den, ich bin nicht auf den. Oh Gott, der, der, der hat Reweifed den, Wumms. Also, welches Item soll ich mich kaufen? Ähm, ich weiß gar nicht. Warte, ich muss mal kurz leben reden, da muss man sich konzentrieren. Oh Gott, dass du Spellvamp, du meinst Will of Angels oder, oder, oder? Wille der Uralten, wollte ich mir jetzt. Also, Wille der Uralten, ja. Wille der Uralten, klar, klar. Er hat meins, was ich kaufen wollte, ich wollte erst zwei Zeitalter stehen bei Habt, für HP und so weiter. Hat es dir gesehen, es hat mir was gebracht? Naja. Also, ich finde Lebensraum bringt hier schon ziemlich viel. Ja, naja. Also, Mensch, auch dir schon, aber, äh, vor allem, am Anfang bringt es das halt eigentlich überhaupt nicht, weil... Ja, ey. Ey. Olaf, Olaf. Äh, guck mal, wie er passt, nein, gleich viel HP und ich bin ein Caster, der eigentlich ziemlich wenig HP hat. Ja. Ich werde danach noch, ähm, hier in Erzengel starten. Wie viel hast du die Schick in die Box gestellt? Boah, die Schick in die Box ist inzwischen bei drei. Dann mach mal hier in Erzengel starten so einen Jack in die Box. Äh, ja, oder warte mal. Äh, ja, oder warte mal. Fan and Trap. Hm, shit, ja, da bin ich draufgegangen. Kamera, ordentlich Damage, dafür überall, ist total, sehr schön. Komm, 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 komm. Und, down, down, oder? Nein, genau, der ist ein Auftritt, das Gift. Ist doch egal, die kriegt ihr eh noch. Eben. Dann halt eben so. Und... War das meine oder... Alter, was für ein Lacker. Nee, nee, meine, aber... So drunter war da noch. Nein. Und tot. Oder? Nee, hier nur. Ja schon, Leute, ich will mitmachen. Ja, mal gucken hier... Ja, doch den Top-Tor kriegen wir dafür... Äh, den Bottom-Tor so rum. Oh Gott, schau dir, passt bloß auf, ne? Boom. Egal, egal. Ich wollte eh weg. Vor mir würde Walton schon teilweise kaufen. Ja, ist mir egal. Ehrlich. Boah, nee, aber wirst du, das ist ja nicht ziemlich nice, die Runde. Wie sieht's bei euch aus mit den Slabs? 6, 7. 13, 7, 25. 19, 13, 23. Ja, 13, 7, 25, also ich kann mich nicht beschwimmen. Na, ich bin ja auch nicht. 67, 21, das passt noch. Ja. Heißt ja genug, dass es... Die red man ja wirklich wie am laufenden Ball. Ja, das ist echt so. Eigentlich für jeden Kill, aber eigentlich jedermal. das ist gekriegt, so. Und jeder, der eigentlich wegkommt, wird eigentlich von meinem Gift sofort noch hinterher getötet, wahr? Äh, Fred? Ja, das war der Falsche. Ja, das war der Falsche. Nein, das war der Falsche. Nein, das war der Falsche. Das war wirklich der Falsche. Nein, das war der Falsche. Boah, das war der Falsche. Was nicht viel damage macht, ne? Slow on end the all. Ich bin mehr da, ich bin mehr da, komm Herr Chakor. Komm schon, kriegst du ja. Chakor punch. BANG! Da kam der dann. Eins gegen das. Der M-L-H. Oh, ich war nur dood... 1200 dann. Die sind keine Chance, das war der Slow, aber ich Frosthammer hab. Ja, Frosthammer und mein Slow halt eben und jetzt ist gespammen, das geht ab, wa? Olaf? Ja, nein. Leute! Du den getrunken. Und jetzt geht droveihper. Es ist. Aber merkwürdig. Was lotta, drinnen? Hm hahaha. So geil. Wie, der Nächste? Wer hat noch nicht? Wer will nochmal? Na, amp. Achバイ ist, was? Ey, ist mir jetzt scheiß egal, ich mach mich um. Doch den. shameless ist. Nós virgin14. Nein, servos. Sagen eigentlich, was ist wirklich korrig, wo Science paperwork hat einringe teirektar? hat will der Nächster wer hat man nicht wer will noch mal nachdem weiß was er ist mir scheißegal ich mach den Tower ein 9 Servus oh wie hat sich hoch hier ne komm 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 na jetzt hab ich keine Chance mehr egal ich hab den Tower noch gekriegt und dann was Impaler Impaler hab ich jetzt fertig ich hab noch nicht mal wirklich AP das Problem ist ich hab äh AD ruhen drin stell vor ich hätte noch AP ruhen drin schön ist ich hab jetzt 200 Attack Damage auf 3.300 Leben aber Kasti hat verdammt viele Armors mir aufgefallen ich hab meine Armor und ich hab kein Item dafür das ist nur ein bisschen ruhen und so weiter ja verdammt viel ich ja da ist auch sonst das hat mich gerade noch ein bisschen verwirrt oh ein Pfeil alles voll erholt da hau ich auch mal meine Oma rein komm schon mach was was lass den extudieren wenn du den extudieren lässt noch keiner mehr dann ist der tot ja dafür hab ich zu wenig Life ja das läuft rein dann wär er tot gewesen jetzt hätt's nen Double Kager AAAAAAAA den Dings kannst ja separat steuern ja hä wieso wieso ist das so ach Leute der ist ja hinten Leute sag das doch wir sind hier hinten 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 was ich noch nicht wusste Ola warte mal auf ich bin nicht so schnell ja so und jetzt noch einmal aber da uns kommen aber wenn ich den wahrscheinlich nie zusammenkriegen werde aber was weiß wir kennen da mal abartig wenig Life das ist geil haha NICE naja das stirbt NICE JA TOT CLOCK JEEEH oh man wie sie alle auf sich draufhauen und dann und du dann stirbst nur wegen dem Wegschießen ey sonst hätt ich die noch gekillt ey Benjis hab ich noch von der Vayne wegehauen oder nicht mit den Zahnen bitte? Benjis hab ich ja nur schnell wegehauen weil ich wär ja so oder so drauf gegangen weil ich gedacht schieß doch mal einen Zahn drauf bei der Vayne naaa verdammt Boah wir sind sofort wieder voll jetzt Wurzelt komm schon ja ist doch krass ne so einfach mal ihre Spales benutzen Daumen ey oder wir sind die einzelnen beiden die sie Mono-Wohr noch töten können das kann die auch töten ja ist was so ja ist was so ne da mag das schon nicht das wirklich nicht oh was ist denn das Dauerstan oder was ne und mega slow neun renn 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 spring ja wie denn slowdown spring 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 ja schon slowdown cool ich vor grad sahne äh hat's noch ulti wenn sie ulti hat stell dich hinter mich stell dich hinter mich wenn sie ulti hat so lange geslowed war so stopp mal ja hier ach so ey ich brauch kein Hebel so jetzt kommt nieder unter ich hab 3600 Leben Zeit auf 861 auf Kasse Pire wir müssen auf Ash gehen ey die haut uns alle tot ne ey na wanne ist un und ha's tat sto aw man das leckt Ich hab Angst. Boah. Da hat's gerade jemand ein bisschen arg gelegt. Nein, ich lasse den E-Tro. Ich mach ihn auf den Tower an. Nein, ich soll mich jetzt vom Tower killen lassen, damit ich von Guardians Angel wieder zurückberufen werde. Ja, da ist ja ne andere Tower. Die Ashes gerade haben vorhin die Base gerannt. Verstößt das nicht gegen die Regeln? Ja, eigentlich schon. Ach komm, jetzt zieht der wir den. Was soll denn das? Nee, ich krieg den nicht mehr. Schocko, nennen du ihn nicht. Nein! Nein! Wow! Oder so. Too large. Mit Base ist das ja jetzt voll langweilig, ey. Weil das total unfair ist. Wartete halt. Also wir rennen einfach nur noch durch, ihr beide, oder? Ja, nee, das ist kacke, weil ich auch auf und zu jetzt sterbe. Das ist echt uncool. Ja, ich steppe jetzt auch ein bisschen öfters. 5 Minuten, oder? Ja, aber wenn du jetzt auch noch alle leben? Ohne hier, ohne neben? 5 Minuten, ja. Ohohohoho, geil! Ja, klar. Geil! Ja, ich bin ja noch nicht mal Level 18. Ja, egal. Ich stehe genug hinterher. Ja, gut. Es reicht jetzt, um zu gewinnen. Ja, das reicht, um zu gewinnen. Ah! Los an und gewinnen gehen. Na schon, jetzt. Ich hab ne Runde gewonnen. Okay, gewonnen. Puh, nice. Ja, damit bin ich doch nicht down! Oh, da rettet sie mir das Leben, wie auch immer das war. Lux, glaube ich. Ja. Nice, nice. Nice. Äh, ja. Wollt ihr was sagen? Ja. Braa! Schöne Schmier! Ah, hat Spaß gemacht. Ja. Ich mag euch nicht. Eurenda mag ich nicht. Aber es ist noch ganz cool gewesen für dich, Olaf. Und ich kann... Oh, das geht auch. Bei Victory kann ich meinen Tappen nicht mehr. Tinta ist nicht cool. Ich glaub, es ist leider am letzten Patch. Ähm... Ja. Egal. Äh, ich würd' sorg'n... Kret wird sowas von Schicksal. Ansonsten gibt's Schläge. Und ansonsten... Ja. Ja, ihr könnt mich auch abonnieren. Äh, LP Shorty 23. Ich tue... Ich tue... Kommt noch? Äh, Dingsen. Und dann bin ich auch mal raus, ne? Gut, gut, gut. Tschü! Jawohl. Tschüss! Tschüß! Vielen Dank.